Hallo und herzlich willkommen zum letzten Marketbriefen von tradingportal.net. Gestern komplett eingeschlafener Handel, niedrigster Handelsvolumen im S&P 500 seit 18 Jahren. Aber jetzt gilt es aufwachen, denn der US-Arbeitsmarktbericht kommt heute 14.30 Uhr als wichtigster Impulsgeber in den passenden Wochenesschluss hinein. Die Optionsmärkte erwarten eine Schwankungsbreite beim S&P 500 von 80 Punkten. Also es wird deutlich mehr Bewegung geben als zum gestrigen schwachen Tag. Was erwartet wird, welche Zahl erwartet wird vom Markt und wie die Marktreaktionen sind, was Goldman Sachs, was JP Morgan sieht. Das schauen wir uns heute an. In der Mitte des Videos geht es dann um den US-Arbeitsmarktbericht, um die Zahlen, die relevant werden für den Markt. Also bleibt bitte dran. Zuvor schauen wir noch ein bisschen auf das allgemeine Marktgeschehen. Am Ende des Videos dann auch noch kurz der Blick auf den DAX. Wir gehen mal hinein. Gestriger Handelstag hier oben. Wir hatten ja den Anstieg, den Tag vorher gestern kompletter Stillstand. Ich hatte schon gesagt, sehr niedriges Handelsvolumen und der S&P 500 nahezu unverändert. Den Tag beendet. Nasdaq auch nahezu unverändert. Also ein Tag, der letztendlich vom Abworten geprägt ist. Abworten auf den wichtigen Datensatz. Heute, auf den wir gleich schauen werden, die Wochenperformance der DAX nur 0,8%. Der war gestern interessant. Der hat sich eben, ähnlich wie wir es auch gesagt haben, bei den Rumors, kaufe das Gerücht, verkaufe die Fakten, ist hochgepusht. Der erste Tageshälfte und mit der EZB. Erste Zinssenkung ist er dann wieder zurückgelaufen. Hat einen Großteil seiner Tagesgewinne abgegeben. Aber das schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Im Shortbild der DAX also 0,8% Wochenperformance. Der S&P hält immer noch 1,4%. Der Dow 0,5% und der Nasdaq wieder 2,6%. Jetzt haben wir den 7. Juni. 2,6% Performance im Juni. Ist schon sehr ordentlich. Eigentlich zuvor im Mai haben wir ja schon über 6% zugelegt. Also die Tags, die pushen hier weiter ordentlich. Hier nochmal zu sehen, der S&P 500, sein Handelsvolumen gestern unterirdisch. Niedrigster Handelsvolumen seit 18 Jahren, wenn man jetzt mal verkürzte Handelszeiten und Feiertagshandel herausnimmt. Also sehr, sehr wenig los. Und ich hatte sie auch schon im Trading Chat gepostet. Gestern gepostet, das Handelsvolumen am Tag davor. Das ist primär geprägt, wenn wir die Top 5 mal angeguckt haben. Top 1. Nvidia hat gigantisches Handelsvolumen. Und die Top 5, die 4, die nachkommen, die haben zusammengenommen so viel Handelsvolumen wie Nvidia. Also alles dreht sich ziemlich um einen Titel. Gestern hat sich letztendlich um nichts gedreht. Das war das große Abworten auf den großen Arbeitsmarktbericht. Heute auch die Entwicklung der Big 7. Ich sage es ja schon, die dominieren hier letztendlich alles. Die Marktkapitalisierung der Big 7, der sieben hochmarktkapitalisierten Tech-Konzerne seit der Rallye im Oktober letzten Jahres. Ja fast 5 Billionen US-Dollar am Marktkapitalisierung in Zuge von 15 Billionen sind es jetzt. Boah, es ist ein Lauf. Es sind natürlich auch die Unternehmen, die bei den Earnings besonders überzeugen. Die eben auch ordentlich Gewinne erwirtschaften, hohe Profitabilität haben, wie Beispiel Nvidia. Aber die Entwicklung, meine Güte, das ist schon eine Euphorie-Phase. Hier nochmal zu sehen, der Anteil des Tech-Sektors im S&P 500 beträgt nun 31%. Damit laufen wir schnurstracks Richtung .com-Bubble-Niveau. Es gibt ja keine anderen Sektoren mehr, es gibt nur noch Tech. Und die Top 10, also die Top 10 Werte im S&P 500, also 10 von 500, nach Mock-Kapitalisierung haben nun einen Anteil von über 34%. Auch nochmal steil nach oben geschossen. Geht es hier nach oben, haben das .com-Bubble-Niveau längst überwunden. Da war aber auch viel in die Breite. Und auch viel wirklich Werte, die sich auf Blasenniveau bewegt haben. Und nur auf die hohen 3 zurückzurechnen, also die 3 Werte, die 3 Billionen US-Dollar Mock-Kapitalisierung jetzt halten. Das sind Apple, Microsoft und neu in dieser Woche auch Nvidia. Die haben jetzt einen Anteil im S&P 500, also 3 von 500 Unternehmen von über 20%. Auch das gab es nur noch nie, so .com-Bubble, da waren wir bei 12%. Da waren Microsoft im Übrigen auch schon dabei. Nicht schlecht, dass man sich so lange so gut halten konnte. Also hier diese Konzentration in wenigen hohen Tech-Titeln ist weiter sehr auffällig. Ist es ein Umkehrsignal? Ja, natürlich nicht. Es ist eine Auffälligkeit und auffällig, dass die Marktbreite damit auch ein bisschen fehlt. Gestern hatte ich ja auch mal den Fear & Creed Index im Trading-Chat gepostet. Kommt gerne mit hinein. Ersten Link in der Videobeschreibung, da verpasst ihr nichts. Seid immer informiert. Fear & Creed Index auf Angst. Er pendelt auf Angst. Wir sind immer Allzeithoch. Wir haben Angst. Aber das liegt eben daran, dass er sieben Unterkomponenten hat. Nur eine Komponente ist zum Beispiel die Marktstärke, die Marktbreite. Und das ist alles sehr auf Warnsignal. Deswegen steht er auf Angst, obwohl wir auf Allzeithoch notieren. Aber das Allzeithoch wurde eben durch wenige Tech-Titel auch wieder gepusht. Das sehen wir hier auch nochmal. Nur für den Jahresverlauf, der S&P 500 im Jahresverlauf, jetzt etwas über 12% Performance. Rechnen wir die Performance von Nvidia heraus für den S&P 500, dann würden wir nur noch bei einer Performance von 7,9 sein. Also knapp 12, 12,5%. Nvidia herausrechnen. Da hätten wir noch eine Performance von 7,9%. Rechnen wir die Big 7 raus, bleibt nur noch eine Jahresperformance von knapp über 4%. Dann hätten wir ja kaum noch was. Das ist schon der Punkt. Die Tech-Titel Tech treibt und dort vor allem die großen Tech-Titel treiben die Märkte nach oben. Vor allem dann natürlich auch S&P 500 und den Nasdaq. Deswegen haben die in dieser Woche auch neue Allzeithochs erreicht. Kurzer Blick auch auf den S&P 500 Future-Tagesshort. Letzte Woche standen wir hier, vor zwei Wochen standen wir, da hatten wir die Zeichnung auch schon drin. Da kamen die vier letzte Woche und die Frage, nun ziehen wir hoch. Anfang der Woche sah es noch mühsam aus, aber war noch immer oberhalb. Angebrannt ist da nichts. Holen wir die 5 und die haben wir jetzt geholt und haben wir auch mit den Mindestzielen erreicht. Also der Impuls von April ist eigentlich, ja, ist noch nicht abgeschlossen. Aber er steht in der fünften Welle und man muss jetzt schauen, ob wir hier eine Umkehrtendenz sehen werden. Heute sicherlich spannend, gelingt nochmal der Happy Friday, ist da nochmal Luft auf der Oberseite, ist durchaus möglich. Auch das hatte ich gestern schon im Trading Chat gepostet, unter technische Analyse. Kommt wie gesagt gerne mit hinein, hier der Nasdaq zu sehen. Im M15, also 15 Minuten Short, hier ist quasi nur die fünfte Welle nochmal zu sehen. Also dieser Haken hier, um zu schauen, ob wir hier schon fertig sind. Und ja, es ist jetzt selbst untergeordnet, ist ja durchaus auch noch ein Impuls drin. Und der Impuls könnte sagen, ja, Happy Friday passt hinein. S&P 500, ganz ähnliches Bild. Das gibt es erst die Eintrübung, wenn wir die 5300 im S&P 500 wieder herausnehmen würden. Andernfalls oberhalb lebt die Chance, dass es nur, auch die schwache Bewegung gestern passt da hinein, als Zwischenkonsolidierung, dass wir da nochmal was holen auf der Oberseite. Aber wir sind natürlich abhängig vom Datensatz, der, die ja 14.30 veröffentlicht wird. Neu geschaffene Stellen, hier nochmal zu sehen, was die großen Analystenhäuser erwarten. Und da ist die Streuung diesmal ordentlich 120.000 stellt, also eine deutliche Abkühlung. Oder 260.000, ein sehr heißer Wert. Der letzte Wert war, da muss ich fast lügen, um die 190.000. Also eine große Bandbreite. Mittelkonsens wäre 180.000. Flüsterschätzung, was der Markt so sich insgeheim erhofft, sind knapp so 160.000. Also eine leichte Eindrückung, aber bitte nicht zu stark. Genau darum geht es ja. Die Balance fehlt ein bisschen. Hat mir Anfang der Woche, die schwachen Konjunkturdaten wurden nicht mehr gefeiert. Bad News sind nicht mehr unbedingt die guten Nachrichten, wenn es zu viele negative Nachrichten sind, weil es dann die Rezessionssorgen wieder nach oben spült. Zu feste Daten wäre natürlich der Punkt, die Inflationssorgen werden wieder nach oben gespült. Deswegen, das Sweetspot liegt vermutlich um die 150.000, 160.000, wenn dann auch die Stundenlöhne passen. Die müssen stabil sein. Also mal gucken, was hier geliefert wird. Die Bandbreite ist enorm hoch. Was für die niedrigen Werte spricht? Ja, wir haben viele Fründikator gesehen, die Konjunkturdaten seit April eigentlich nur auf der Unterseite. Überrascht mit Ausnahme des ISM, der als einziger Wert hier herausgestochen ist in dieser Woche. Aber selbst da ist es nur noch ein minimales Wachstum. Also die Konjunkturdaten sagen, hm. Und auch die viele Stellenkürzungen, die die Unternehmen verkündet haben, passt alles ziemlich ins Bild hinein, dass wir schwächer ausfallen werden. In dieser Woche kamen auch die Job-Openings dazu, die ATP-Daten auch schwach. Also eigentlich, der Sweetspot leicht schwächer müsste eigentlich mindestens passen. Deswegen auch Konsensschätzung. Aber wir haben ja auch bei Waldjahr, vielleicht fällt der Datensatz ja doch besser aus. Und wir haben natürlich auch Saisonalität. Die warme Jahreszeit beginnt. Landwirtschaft zieht an. Dienstleistungssektoren für Außenbereich. Was weiß ich, Gastronomie und sowas könnte auch positiv dann mit hineinwirken. Und vielleicht dann doch ein Positives. Niemand erwartet, dass der Datensatz wirklich besser ausfällt. Das wäre die Überraschung. Und man erwartet in der Flusterschätzung in der Tat die Eintrübung. Aber was macht der Markt daraus? Schauen wir mal wieder auf die Matrix von Goldman Sachs zum Anfang. Ja, Sweetspot auch hier, dunkel so markiert. Neugeschaffene Stellen, 150.000 bis 100.000 wäre vermutlich das Beste. Blöde wird es ein bisschen, wenn es tiefer geht. Wenn es tiefer geht in die Rezessionssorgen hinein. Also der dreistellige Bereich, die 100.000 plus, sollten es schon sein bei den neu geschaffenen Stellen unterhalb. Dann gehen wir dann eher wieder in die Konjunktursorgen über. Eine Bewegung von 80 Punkten im S&P 500, der jetzt bei 5.360 ungefähr notiert, ist zu erwarten. Dann kommen wir hier in den besten Fall hinein. Also leichte Abschwächung und die Stundenlöhne stabil. Dann kann es gut sein, dass der Happy Friday wieder gelingt. Also wieder die Volatilität fällt nach unten. Und der Markt, der feiert dann einfach den Freitag, wie wir das häufig gesehen haben. Was auch negativ wäre, wenn man nach der Datensatz zu heiß reinkommt. Überraschung auf der Oberseite. Also zum Beispiel alles über 200.000 neu geschaffene Stellen. Sieht Goldman Sachs auch eine Abschwächung 50 Basispunkte. Oder wenn man sogar Richtung 250.000 neu geschaffene Stellen geht, dann sehen wir sogar einen Abverkauf, sagt Goldman. Also Sweetspot, bitte treffen. Circa 100.000 bis 150.000 neu geschaffene Stellen. Das ist der Sweetspot. Bei den stabilen Stundenlöhnen würde das heißen, wir haben die Chance auf dem Hip. Wie Friday, hey, alles ist bestens egal. Ein Datensatz ist wieder der wichtigste Datensatz überhaupt. Jeden Monat ist ja der Arbeitsmarktbericht der wichtigste Datensatz überhaupt. Und danach, ja, was warst du jetzt? Okay, wir schauen auf den nächsten. Aber der Fokus liegt eben darauf. Um Freitag ist das eben zu gerne der Punkt. Man möchte das Positive sehen. Aber man muss diesen Sweetspot treffen. Alles unter 100.000 wird schwierig. Dann droht er schwächer. Insbesondere der zweite Blick muss immer auf die Stundenlöhne gehen. Und alles über 200.000 wird natürlich auch schwierig, weil der Datensatz zu heiß wäre und damit eher inflationär Lohndruckfrage. Hier auch noch die Matrix von JP Morgan. Ja, das ist jetzt, könntet ihr, haltet ihr das Bild an oder ihr kommt einfach auf tradingportal.net. Dort habe ich das natürlich auch schon gepostet. Und natürlich, da schreibe ich auch immer meine Meinung mit dazu. Ersten Link in der Videobeschreibung kommt gerne mit hinzu. Hier haben wir die Stundenlöhne, ob sie heiß reinkommen oder kalt. Und hier die neu geschaffenen Stellen, ob sie heiß reinkommen oder kalt. Was man zusammenfassen kann, weil hier auch die Stundenlöhne mit dabei sind, kommen die Stundenlöhne fest da rein über den Erwartungen, also Lohndruck, dann wird der S&P 500 laut JP Morgan immer verlieren. Und zwar ordentlich. Dann sehen wir einen roten Tag von über 1% Verlust. Das sind die 80 Punkte, die locker kommen. Fallen die Stundenlöhne hingegen schwach aus, schwächer aus, leicht unter den Erwartungen, vielleicht 0,1% plus tiefer ist eigentlich die Chance gegeben, dass wir einen positiven Tag sehen. Es sei denn, die Stundenlöhne sind schwächer und die neu geschaffenen Stellen sind auch sehr schwach. Also unter 100.000, was wir eben gesehen haben. Dann vermutlich auch leichte Schwäche, aber nicht zu viel Schwäche, weil ja die Inflationskomponente wieder passen. Da kann man sich das wieder schön reden. Ja, nun gut, das ist ein bisschen das Punkt. Wie gesagt, ich poste das nochmal im Trading Chat oder halte das Bild an. Da könnt ihr das in Ruhe nochmal anschauen. Was ist cool, was ist inline? Ist hier unten auch nochmal aufgelistet. Passt aber ziemlich genau zur Einschätzung von Goldman. Also die Erwartungshaltung, ja, etwas schwächerer Wert, aber nur etwas und damit den Sweetspot treffend. Stundenlöhne stabil, vielleicht die positive Überraschung. Und der Happy Friday gelingt. Zu schwache Daten negativ, zu starke Daten negativ. Aber entscheidend ist eben auch, sind die Stundenlöhne, ob die liefern oder nicht. Was wir noch haben, ja, Termine haben wir gerade schon gesehen. Industrieproduktion in Deutschland ist reingekommen. Wieder etwas schwächer ausgefallen. Jetzt kein großes Ding, aber die Konjunkturdaten seit zwei Wochen in Deutschland. Thema Talsohle, ja, ist eine Talsohle, aber das Tal, das zieht sich ewig hin. Also eher negativ überrascht. Endgültigen BIP-Daten, ja, da wird nicht mehr viel passieren. Und die Handelsbilanz ist auch reingekommen. Exporte, Importe, minimal über den Erwartungen. Aber, ja, es ist hier kein großes Event. Und die Märkte haben auch nicht groß reagiert. Das große Event ist 14.30 Uhr. Und kommt gerne mit in die Trading Community. Da im Live-Chat werde ich natürlich sofort da meine Einschätzung live mitgeben. Wir gehen noch ganz kurz hinein in den DAX. Hier nochmal zu sehen im Future. Wir hatten ja eben schon den Future gesehen, zum Beispiel für den S&P 500. Mit dem sauberen Impuls, den wir jetzt eigentlich von der Symmetrie her gut abgearbeitet haben. Aber mit dem Punkt, eine Untergeordnete, hier lebt auch noch die Chance auf den 5, weil es leiden wir, laufen unter die 5.300. Beim DAX sieht die Sache ja nie mehr so schön aus. Dieser Impuls, den wir hier hatten, 1., 2., 3., im Future. Hier gab es schon eine leichte Überschneidung in die 1. Und vor allem die 4 ist ewig lang gezogen. Schön ist das nicht mehr. Und gestern mit den Daten hätte man eigentlich ausbrechen müssen. Wir haben es auch probiert bis vor den Daten. Aber dann gab es eben Sales Effect oder Sales News. Und man ist zurückgelaufen und die Tagesklasse gestern ja wieder schwach. Und wir stehen weiterhin innerhalb des Trendkanals. Ja, es brennt nichts an, solange wir hier oberhalb des Wochen- bzw. Vorwochentiefs stehen. Oberhalb der 50-Tageslinie, die, ich wiederhole mich, hier seit Jahr, im Jahresverlauf immer wieder verteidigt wurde. Momentan können wir uns nicht richtig lösen. Aber wir notieren weiterhin oberhalb. Und deswegen lebt ein bisschen die Chance, dass man hier doch nochmal den Weg auf der Oberseite sucht. Aber mit der gestrigen Tageskerze und auch mit dem Wissen, ja, die US-Indizes, auch wenn die heute nochmal was draufpacken könnten, untergeordnet. Aber es ist trotzdem die fünfte Welle und eine Konsolidierung steht an. Also der DAX müsste eigentlich wieder zum Outperformer werden. Nun haben wir schon die Zinswender. Was arbeiten wir denn jetzt hin? Und die Konjunkturdaten zuletzt so doll auch nicht. Ja, mal gucken. Mit der gestrigen Tageskerze sieht es eher danach aus, dass wir heute nochmal das Vortagestief unterschreiten. Wichtig bleibt es aber nur, bitte nicht hier die 50-Tageslinie auf Wochenschluss durchbrechen. Das wäre mal ein Bornsignal. Oberhalb, ja, es sieht mühsam aus, aber es ist eben noch nichts angebrannt. Kurzer Blick auch nochmal in den Kassahandel hinein. Auch hier nochmal zu sehen, der mögliche Impuls. Im Kassam haben wir die 50-Tageslinie auch erreicht, hier zu sehen. Und wir haben die erste Welle noch nicht geschnitten, sind wir nicht reingelaufen. Das ist nur im Future passiert. Im Kassam nicht, aber die Auffälligkeit natürlich. Das Muster im Asymmetrie, im US-Markt, S&P und Nasdaq, natürlich viel schöner. Das ewig langgezogene Vierte hier und wieder den Ausbruch gestern übers mittlere Bollinger Band. Wieder Abverkauf, Schluss nah am Tagestief. Mühsame Geschichte, mühsame Geschichte. Aber man möchte sich eben auch nicht auf der Unterseite entscheiden, denn dafür müsste man hier erstmal durch den Impuls endgültig vernichten. Ist auch nicht passiert. Schauen wir auf die Cluster für heute hier im C3 DAX. Auch nochmal zu sehen, erste, zweite, dritte, vierte. Na ja, ja, sie lebt noch, aber wirklich nicht schön. Vor allem die gestrige Tageskerze nicht schön. Sieht danach aus, dass wir zumindest erstmal einen Inside-D sehen werden. Innerhalb der Flagge, die werden wir nicht auflösen. Weiterhin brauchen wir vermutlich einen guten Push von den US-Börsen. Wir haben das mittlere Bollinger Band, wo wir gestern wieder zurückgefallen sind, um 18.670 als erste relevante Zone. Vermutlich, ja, mal gucken. Wir werden in diese Zone irgendwo reinkommen. Oberhalb haben wir die Chance, ja, wir können nochmal das Tageshoch angreifen mit der Option, vielleicht gelingt es ja doch im Wochenschluss hinein, die Flagge aufzulösen. Dann hätten wir die Range 670 Richtung 77. Lebt sich so eine 100-Punkte-Range wäre das, darüber öffnet sich die Tür Richtung Allzeithoch. Also 18.880, 18.900 und auch die Chance, ja, da ist es eben eine verschobene fünfte Welle. Aber sie lebt. Aber die Tageskerze gestern, das erinnert natürlich ein bisschen hier an diese Tageskerze oder diese hier, dass wir eben hier die Zwischenhochs nicht da rausnehmen, ne. Die Zwischenhochs haben ja zuletzt, das sind ja doch fallende Hochs, die wir hier sehen. Die Frage ist, kommt ein fallendes Tief nach, ne. Aber was wir auch sehen, ist es momentan natürlich weiterhin eine Flaggenstruktur, keine starke Abwärtsdynamik. Man antwortet letztendlich ab. Also 670, erste relevante Zone, oberhalb 100 Punkte, darüber Allzeithoch. Möglich für heute sicherlich alles zu viel, besonders mit dieser Vorgabe der Tageskerze. Unterhalb der 670 der Inside D mit der Chance, dass wir dann diese Flagge vielleicht auch bis zur nächsten Woche nochmal durchlaufen müssen. Unterhalb hätten wir die Range 670 zur 580, 550 als erste neutrale Spanne. Da könnte man sich dann erstmal wieder stabilisieren. Wenn wir dort durchbrechen, öffnet sich die Tür zur 18.460. Darunter der Kombi-Support-Bereich 400 und was ist das? Da geht die 50 bei 350, ne. Wäre dieser Bereich dann, den wir nicht durchbrechen dürfen in dem Wochenschluss. Das wäre dann schon ein Hinweis, ah, das sieht einfach nicht gut aus. Dann sind wir Richtung 250 unterwegs und 250 ist eigentlich die K.O.-Marke für diesen möglichen, mittlerweile sehr hässlichen Impuls. Das sollte dann nicht mehr passieren. Alles Richtung 18.3 Warnsignale gehen hoch, besonders auf Wochenschlussbasis. Mal gucken, ob heute wirklich dieser Impuls noch vom Arbeitsmarkt, US-Arbeitsmarkt gesetzt werden kann. Also erstmal schwache Vorgaben, die die Chance haben, das Vortagestief noch mal zu unterschreiten. Aber letztendlich stehen wir hier auch in der Range der letzten zwei Wochen. Ja, auch so, Stunden-Short noch rein. Da sehen wir auch nochmal die Flacke. Gestern hatten wir das Setup mal reingestellt. Gestern hat sich, zumindest konnte man da ein Short-Setup mal erklären. Auch wenn es innerhalb der Flacke ist, was ja gegen den Trend spricht, was mit Vorsicht zu genießen ist. Aber zumindest dieses Setup ist noch aktiv. Und mal gucken, wenn wir heute die Schwäche reinkommen, könnte dies auch durchlaufen werden. Wenn sich was Neues ergibt, poste ich das natürlich im Trading Chat auf tradingportal.net. Und da könnt ihr gerne mit hineinkommen, würde mich freuen. Ersten Link in der Videobeschreibung. Wie gesagt, 14.30 Uhr schauen wir dann gemeinsam auf die Daten und werten diese Daten dann aus. Und mal gucken, ob dann die Matrix von Goldman oder JP Morgan recht behält und man den Sweet Spot trifft. Das soll es gewesen sein. Wir sehen uns. Abonniert gerne den Kanal. Dann sehen wir uns auch am Wochenende zum Wochenausblick. Sortieren wir alles nochmal ein. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Freitag und dann auch einen guten Start ins Wochenende. Bis bald. Macht's gut und ciao.